Okay, herzlich willkommen bei BOMBEL TV. Wir sind heute in Bad Kötzing im 21.40 Uhr und neben mir sitzt die Fotografin Sarah Bauer und Hallo Sarah. Hi. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum wir eigentlich da sind. Also wir veranstalten heute ein abschließendes Shooting da herunter. Ich habe ganz viele Models eingeladen aus allen möglichen Regionen und wir machen mir Fotos. Wir machen mir ausgefallene Fotos im 50er-Jahresstil, so ein bisschen Pinout-mäßig, da hat sich die Location ganz gut angeboten. Ich habe geplant, dass ich eine Ausstellung mache. Das war dann meine zweite Ausstellung. Ich weiß aber noch nicht, wo. Also das ergibt sich dann meistens irgendwie. Die letzte Ausstellung war in einer Bar. Gibt es jetzt leider nicht mehr, weil das war in Passau, da ist dann ins Hochwasser gekommen. Also das ist jetzt leerstehend. Das hat aber eigentlich ganz gut gepasst, weil man das schön verknüpfen konnte mit Essen und Trinken und Fotos anschauen. Genau. Also mal schauen, was sich so anbietet. Wie bist du zum Fotografieren gekommen? Das mache ich eigentlich schon immer. Also schon als Kind habe ich schon immer fotografiert und vielleicht auch ein bisschen von meiner Mama. Die hat immer ein Fotoalben gelebt für mich und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und dann in der Schulzeit habe ich gewusst, das möchte ich machen. Dann Praktika gemacht, die man halt so machen muss in der Schule und das habe ich dann halt in Fotostudios gemacht. Und das hat mir ganz gut gefallen und dann habe ich geschaut, dass ich eine Ausbildungsstelle kriege. Und solche Fotoshootings wie heute, das ist dann mehr nebenbei? Das ist jetzt ein Nebenbei-Projekt, ja, was ich komplett kostenlos mache. Also die Molls zahlen da jetzt nichts, dass sie dann die Fotos kriegen. Ich arbeite mit meiner Friseurin zusammen, mit der Niki, die macht das auch umsonst. Da habe ich mich ganz stark gefreut, dass sie gesagt hat, sie möchte mitmachen. Die stylt halt dann die ganzen Mädels. Ich glaube, es sind da halt schon irgendwelche Unruhen, weil es ist glaube ich am 8. losgegangen. Ja, es hat jeder dumm geschaut, wie wir gekommen sind, inklusive mir, weil es auch einfach von vorn her nicht der nächste Weg ist. Also es sind welche drei Stunden unterwegs gewesen. Wir haben auch eine Stunde fast unterwegs gewesen, aber mit ein bisschen Kaffee und ein bisschen Bier. Aber das ist schon eine lustige Geschichte heute, ja. Hast du dann sonst noch irgendwelche Indie-Aktionen oder Fotoshootings so gemacht? Ja, also ich habe wie gesagt schon eine Ausstellung gemacht vor zwei Jahren. Da ist es um tätowierte und gepiercete Models gegangen. Habe ich auch von überall her dann, also ich habe die Aufrufe immer in Facebook gestartet, genauso wie da jetzt dort. Habe Mädels und Jungs gesucht, egal welches Alter, Gewicht, ganz gleich. Weil ich meine, jeder lässt sich irgendwie gut fotografieren auf seine eigene Art. Habe dann immer ein bisschen ausgewählt, auch jetzt zusammen mit meiner Friseurin. Und dann haben wir die Leute angeschrieben, haben wir Termine vereinbart, ganz individuell. Mal bei uns im Studio, mal irgendwo draußen in der Werkstatt. Und jetzt halt da, das Abschluss-Shooting. Was sind dann so die Pläne für die Zukunft? Jetzt erst einmal die ganzen Beutel fertig machen. Das ist jetzt ein Haufen Arbeit. Dann schauen, wo ich die Ausstellung machen kann. Vielleicht ein Bildband draus machen, weil das sind ein Haufen Beutel. Und man kann dann doch nicht von jedem einzelnen zehn Bilder ausstellen, wobei es mir selber ganz gut gefallen würde. Also da vielleicht nochmal irgendwie. Und ja, mein eigenes Studio. Das ist ein riesengroßer Plan, was sich jetzt noch jahrelang zieht, bis das einmal läuft. Wenn du ein Gruppenbild für eine Gruppe junger Männer machst, die momentan eine erfolgreiche dritte Staffel für eine geniale Sendung im Internet macht. Wie würdest du das am besten rüberbringen? Wie soll sich die Gruppe da nicht stellen? Ich überleg mir das vorher nie. Also ich habe mir heute auch null Gedanken gemacht. Wenn ich mir etwas überlege, vorher, und möchte es machen, wird das immer anders. Weil man das vorher gar nicht so planen kann. Weil jeder Mensch bewegt sich anders, jeder schaut anders, jeder hat irgendwie eine andere Mimik, Gestik. Das kannst du gar nicht so rüberbringen. Also ich glaube, ich würde euch einfach irgendwie auf einen Haufen werfen und schauen, was rauskommt. Also ich habe mir, wie gesagt, heute auch überhaupt nichts überlegt. Ich war eben einmal da zum Essen, habe geschaut, ob es überhaupt sich eignet, habe einen Chef gefragt, ob das passt und das war's. Und dann sind wir alle angekommen, haben, wie gesagt, alle ein bisschen dumm geschaut nach, weil es so früh war und dann ist es losgegangen. Und dann läuft es meistens. Was ist so das Schwierigste beim Fotoshooting oder bei der Nachbearbeitung? Ich glaube, was man beim Fotoshooting sieht, spart man sich beim Nachbearbeiten. Das ist so meine Devise. Man schaut halt ein bisschen, was kann ich schon vermeiden. Also so kleine Details, wo es dich später einfach ärgert, wenn du es am Computer noch einmal eine Stunde lang wegretuschieren musst. Also ich kann ganz gut mit Leuten, mir macht das auch ganz viel Spaß. Und ich glaube, so das Wichtigste ist, dass man das Eis ein bisschen bricht beim Fotografieren. Weil jeder ist so ein bisschen aufgeregt am Anfang, weiß nicht so recht, was man tun muss. Ich habe euch gleich in der Früh gesagt, einfach jeder ist da, was ich sage und dann läuft das. Also ich mache halt ganz genaue Angaben, wie ich mir das vorstelle. Und manchmal lasse ich es auch einfach machen. Die Schwierigkeit ist halt dann, wie du schon sagst, den Moment zum Einfangen. Man braucht schon ein gewisses Auge. Und auch gerade beim Nachbearbeiten. Ich meine, man kann sich ganz viel Autodidakt beibringen. Aber ich bin froh, dass ich meinen Berufsschritt gemacht habe, meinen Gesellenbrief gemacht habe, dass ich das einfach gelernt habe. Glaubst du bis jetzt so eine Lieblingsfotoschule für dir in der Vergangenheit, wo du denkst, boah, das war echt einfach nur genial? Ich liebe Hochzeiten. Ich liebe das Hochzeiten zum Fotografieren. Und ich bin auch ganz nah am Wasser gebaut. Das heißt, wenn ich Kirchen fotografieren muss, muss ich mich immer ganz, ganz stark zusammenreißen. Und ich habe vor, gar nicht allzu langer Zeit, ein Brautpaar fotografiert im Standesamt. Die waren total lieb, ganz geschickte Leute. Und da hat der Opa dann der Brautfotografie gratuliert. Und dann haben die beide gewarnt. Und das war so schön. Also ich glaube, das war das emotionalste Foto, das ich je gemacht habe. Und auf das war ich ganz, ganz stark stolz. Und das hat mich berührt. Und wenn mich dann wirklich was berührt, auch beim Bearbeiten, dass ich jetzt schon fast das Bläden wieder anfange, dann weiß ich, das ist jetzt das Foto. Sonst machen wir alle Fotoshooting-Spaß. Also auch wenn ich am Anfang vielleicht müde bin oder einen schlechten Tag gehabt habe, sobald ich fotografiere, ist das irgendwie weg. Servus Leute, ich bin Sarah Bauer und ihr schaut's WOMBEL TV. Das war's, was noch mal läuft. Bis zum nächsten Mal. Bis jetzt.